Du bist wahrscheinlich auch sehr eingespannt, also ich habe schon ja beruflich auch eingespannt, das ist ja auch natürlich auch einen normalen Job. Und wie ist es da mit den Tattoos? Ist das okay oder sind die auch ein bisschen... Also jetzt geht es. In meinem Job vorher, also ich habe ja vorher lange in Siegen gewohnt, da war es schwer. Eigentlich eines unserer schlimmsten Tattoos, weil das ganz artig schlecht verheilt ist und das sieht man auch leider immer noch, das war leider viel zu tief gestochen. Und das haben wir zusammen, dann haben wir jeder einen Lippenabdruck. Vom jeweils anderen oder? Genau. Und jetzt haben wir noch, das ist von Undo Lindenberg, das Lied gegen die Strömung, er hat gegen den Wind, haben wir am Tätowieren. Ist es denn so, dass du die etwas freizugehörigen Schultig, sag ich mal, in Dessous, ich habe zum Beispiel am Esstisch in Dessous, oder nee, das war glaube ich verdeckt einfach, ne? Ja, das war verdeckt. Habt ihr das zusammen gemacht? Ja. Ja, und würdest du auch für solche, in die Richtung würdest du für solche Sachen auch zu anderen Fotografen gehen? Ja. Oder würdest du da die Hemmschwelle auch vielleicht höher? Nee, nee, das ist kein Problem. Also du hast sozusagen bewusst entschieden, ich möchte jetzt in diese Richtung gehen, möchte mir einen schönen Namen suchen und hast dann die Seite aufgebaut, oder? Ja, also ich habe eher noch mehr auf diese Tattoo-Model-Szene und ich wollte eher in diesen Tattoo-Model-Bereich, aber da bin ich mittlerweile auch drüber hinaus. Okay. Also das ist nicht mehr der Weg, den ich gehen will. Okay, also die Szene an sich ist jetzt nicht so ganz deins. Gab es da einen bestimmten Vorfall oder Vorfälle? Ja, es gab, es gab schon Vorfälle, es wiederholt sich einfach immer alles. Okay. Mit den Fotografen und so ist es immer das Gleiche, es geht immer... Wie soll ich das sagen? Sag ruhig, also du kannst ja hier alles sagen, was du möchtest. Ja, es geht... Ja, es geht... Ja, es geht...